All in, all in, yeah, can't take a loss, I don't trust you when you talk, you talk a lot, acting like a zombie, copy how they talk, what's the trip, I don't think they're jumping, thousand dollar jeans, tell me why they got the ribs then, all these rappers and they saw... Jo, willkommen zu einem neuen Video, der Renegade Raider, beziehungsweise die neue Version von dem Skin, ist jetzt im Item Shop, ich hab's gerade erst gesehen, es war ja eigentlich eh klar, dass der Skin früher oder später in den Shop kommen wird, weil man hat den ja auch schon im Season 3 Trailer gesehen, den Skin, und ihr wisst, wenn man eine neue Variante von dem Skin sieht, dann wird er immer wieder zurückkommen in den Shop. Okay, also hier ist er, Inferno heißt er, also ich dachte eigentlich, dass der normale Renegade wieder kommen wird und das halt die zweite Variante davon sein wird, aber, ja, das ist halt so der Nachfolger davon. Und ich denke mal, wenn die jetzt schon hier die neue Variante vom Renegade als einzelnen Skin in den Shop gebracht haben, dann wird auch bestimmt die OG-Variante nicht kommen, also, da kann sich Cybix auf jeden Fall freuen. Hier noch so ein Backbling-Zündelkugel. Ja, okay, finde ich jetzt, finde ich jetzt nicht so geil. Naja, ich würde sagen, kaufen wir ihn erst mal. So. Achso, ganz, ganz wichtig, falls ihr euch den Skin holt, oder falls auch nicht, vergesst du auf jeden Fall nicht rechts und im Shop, creator-code, arianfn. Damit könnt ihr mich auf jeden Fall mega unterstützen, ihr könnt auch eine andere Person eintragen, einfach die Person, die ihr feiert, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr hier jemanden eintragt, weil es ist kostenlos. Dann könnt ihr die Person mega unterstützen, dauert zwei Sekunden, mega easy. Also, macht es auf jeden Fall. Ach, das soll ein Teil von dem Lava-Bundle sein. Okay. Ich würde sagen, jetzt zocken wir noch ein bisschen. Let's go. Oh, ich würde sagen, der Skin sieht schon echt brutal aus. Vor allem so mit dem Lava. Alter, richtig geil. Der hat ihn sich auch direkt geholt. Ey. Okay, wir gehen direkt hier, Hot-Drop-Pleasant. Aber ich denke mal, da werden richtig viele mitgehen. Ja. Ah, die Hundehütte gehört mir. Habt ihr das verstanden? Oh, shit. Okay, okay. Ey, ich hab vom Jagdgewehr so Angst, ne? Ja, tschüss, tschüss, tschüss. Stimmt doch! Danke. Manchmal ist es auch besser, einfach aufzugeben, statt weiter zu spielen. Boah, was sind das für Spiele? Kann ich hier irgendwo mit der Harpune angeln? Äh. Schwierig. Aha, da hinten ist einer. Nein, ich dachte, ich kann da zwischendurch schießen. Ja, was macht der? Okay. Äh. GG. Danke für den Biggie. Oh. Wer bist du denn? Das ist ja kein Netz mehr, Digga. Ah, ich will so ungern ins Jagdgewehr entgelegen lassen. Aber MP... Ach, scheiß auf MP, komm. Ich kann auch ohne MP. Boah, die Holzpalette, die schmecken so gut. Ach, das macht doch Spaß. Wenn ich den ganzen Tag abbaue. Ah, auch ein Renegade Raider. Okay, Renegade Raider. Gegen Renegade Raider. Das Ultimative. Du, ey. Ey, komm, sei keine Pussy. Hör auf zu trinken. Okay. Ey, komm, der ist meiner. Der darf nicht im Kill stehlen. Nee. Nein, 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 nein. Du bleibst hier. Ja, Mann. Ey. So einen Shot werde ich aber auch niemals treffen. Vier Jump-Hits hatte der Digger Warte, den Biggie Schwer, Alter Schwierig Warte, mal zu dem Typen da vorne Können wir direkt hinjumpen Was macht er hier? Jetzt ist die Frage, wo Verstecken sich die restlichen Gegner? Da ist einer von denen schon mal Ah, der ist da Er denkt, ich sehe ihn nicht Ey, hör auf Hör auf damit Wie mache ich das jetzt? MP ist eigentlich ein Muss Ey, oh Gott, das ist eigentlich so wichtig Scheiße Was machst du denn du hier? Shogun-Giraffe Ey, ich muss sagen, es macht wieder so krass Bock Ohne Skil-Race-Matchbacking Solo zu spielen Oh, das sind nicht mal echte Spieler Was der jetzt? Ah, shit Da hast du noch Glück gehabt, Junge Das ist doch nicht dein Ernst? Was bringt ihm denn das? Ich kann dir direkt hinterher fliegen Jetzt vom Einjumpe zum nächsten, oder was? Ah Nein Ach, komm Ey, der will mich doch verarschen Wie ich solche Gegner hasse Was ist das? Der Arme, den Spickzeug mit mir, er tut mir echt schon leid, er tut mir echt schon leid. Sorry, sorry aber das musste sein. Das macht es hier. Oh shit. So, noch drei Leute. Einer von denen ist auf jeden Fall da oben. Oh, was machst du? Ich bin vor dir. Sorry. Aha. Was sehe ich denn da hinten? Ah, die haben Yard gewährt wohl. Da muss ich euch leider stellen. Woah. Woah. Ja. GG. War eine echt geile Runde. Äh, 17 Kill Solo. Ich hoffe euch hat's Video gefallen. Falls ja, könnt ihr Geld ändern und noch unterlassen. Ganz wichtig nicht vergessen, create der Code ARINFN. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.